Liebe Kunden, mein Name ist Colin Rokossa und ich bin Vertriebsleiter der Firma Camina & Schmidt. Ich möchte euch heute anhand eines Beispiels die Entwicklung unserer Crystal Plus Front erklären. Hier auf der linken Seite sehen Sie unsere Standard Crystal Front. Die kennen Sie bereits von unseren Camina-Einsätzen. In der Mitte sehen Sie unsere ehemalige Crystal Plus Ausführung. Hier arbeiten wir zwar schon mit einer rahmenlosen Scheibe, blicken dahinter aber auf die Scheibenspülung. Auf der rechten Seite sehen Sie nun unsere brandneue Crystal Plus Ausführung. Hier arbeiten wir mit einer komplett rahmenlosen Glaskeramik und haben dahinter einen übergehenden Durchgang zum Feuerraumboden, sodass uns nichts mehr die Sicht aus Feuer versperren kann.